Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dinos to Survival. Ja, wir müssen wieder in die Stadt. Ich würde aber gerne in die Richtung... Scheiße. Wir müssen doch hier lang. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Fleisch. Damit wir zwischendrin ein paar Speicherpunkte setzen können. Außerdem, was nehmen wir denn für eine Waffe? Wir bleiben erst mal kurz bei dieser. Denn wir müssen ja noch das Labor finden. Und dann... Und dann... Ist doch gar keiner mehr. Na ja, gut. Und... Okay. Ich hör's hier nur stampfen, stampfen, stampfen. Das ist nicht gut. Oh, das sind ja so ne hessischen Galimimus. Auf die ich schon mal gar keine Lust habe. Dann müssen wir doch hier außen rumrennen. Schade. Gehst du weg da? Da hinten ist ein Raptor. Was machen wir mit dir? Du stehst mir halt etwas im Weg. Okay. Der war Geschichte. Leu, wie viel hat denn der eingesteckt, Alter? Ist ja abnormal. Aber hier ist sonst keiner mehr. Okay. Das kommt uns schon mal zugute. Okay. Okay. Och, ney. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Ne. Schade, dass man nicht auf die Häuser klettern kann. Das würde ich mir hier noch wünschen. Dass man sich wenigstens so ne Art Überblick verschaffen kann. Was machen wir jetzt mit dem? Der steht uns im Wege. Na, wo willst du jetzt hin? So, da haben wir wieder ein bisschen Munition und hier geht's nicht weiter. Ja, schön. Schön. Ja, warum nicht? Äh. Hinter der Stadt. So, wir waren hinter der Stadt. Da gab es nichts. Und warum ist der Ene Dino dort im Haus drinne? Was ist falsch bei dem gewesen? Ja, jetzt kommen wir nur noch beim Rex vorbei. Okay. Okay. Ja, komm. Du warst Geschichte. Das ist sehr gut. Da sind wieder hässliche Galimimus. Eier brauchen wir nicht. Gut, dann machen wir ein kurzes Lagerfeuer und speisern. Aber ich bin da hinten draußen gewesen. Da gab es kein Labor. Und ich denke mal auch nicht, dass das hier hinten sein wird. Komm, fall um. So, jetzt Tisch noch erledigen. Und ich denke mal, dass das hier hinten ist. So, jetzt Tisch noch erledigen. Ganz kurz, los. Wenigstens in Fleisch. Aber hier geht es halt auch nicht weiter. Wo soll denn das Labor bitteschön sein? Wo ist das Dreckslabor? Das ist eine Bank. Das ist eine Bank. Weil ich jetzt hier Sachen empfinde. Das ist eine Bank. Du lässt mich hoffentlich in Ruhe? Nee, der kommt direkt auf mich zu. Was für ein Arsch. Hm, wo ist das Labor? Da hinten glaube ich nicht, dass es ist. Nee, da steht nur ein Baum rum. Das heißt, es muss doch irgendwo da hinten außerhalb sein. Das ist eine Feuerwehrstation. Das ist gerade sehr kurios. Hm. So, hier geht es auch nicht weiter. Ja. Das ist jetzt richtig seltsam. Ja, dann... Da liegt noch einer. Dann werden wir doch wieder da hinten rausrennen, in den Wald. Das geht nicht anders. Das Gebäude sieht mir auch nicht nach einem Labost. Die haben ja gesagt, hinter der Stadt. Also, einmal aus der Stadt raus. So, da hinten gab es ja nichts. Da kommt nun Stego. Also, doch hier lang. In der Hoffnung, dass wir hier was finden. Dann haben wir schon wieder eine neue Waffe bekommen. Tatsache. Ähm, hier hinten geht es nicht weiter. Also, laufen wir mal hier am Rand lang. Ach, komm. So, da liegt nur ein Skelett. Da ist ein Nest. Allerdings, keine Tiere oder sonst irgendwas. Und es geht auch nicht weiter. Das ist seltsam. Und das dort ist das einzige Gebäude, was hinter der Stadt ist. Und es sieht mir aber nicht nach einem Labor aus. Man kommt da ja auch nicht rein. Ach, Mensch. Es ist gar nicht so einfach hier ohne Karte. Bei dem Auto gab es ja überhaupt nichts. Dann laufen wir jetzt einfach mal hier hoch. Gucken, ob wir so eine kleine Art Übersicht bekommen. Bei dem Bullerei-Auto gab es ja auch nichts. Nee. Aber da unten gab es Raptoren. Geh doch mal höher, du Idiot. Ich erkenne von hier aus aber auch nicht wirklich irgendwas. Aber hier hinten geht es weiter. Galimimus. Toll. Das ist eine Mülltonne. Huh. So, da haben wir auch gleich wieder ein bisschen Fleisch. Und, ja. Den Rest erfahren wir aber in der nächsten Folge, ob wir da richtig sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, dann lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye-bye. Musik. Musik. Untertitelung. BR 2018